Hey Leute, ich bin schon wieder da. Uha, wo war ich nur? Wer freut sich schon auf Weihnachten? Da kommt der Dicke und bringt mir Hundespielzeug. Wow wow, echt super cool. Das ist aber noch so lange hin. So lange brate ich ein cooles Schnitzel. Wer will Schnitzel essen? Dann bin ich mal weg. Bevor das Schnitzel verbrennt, Oh, ich grüße da noch einen, der heißt Hashtag Kopflos Leo. Ja, das war's dann auch. Bis dann. Ciao ciao. Wow wow.